Hallo und herzlich Willkommen liebe Freunde hier zum fünften Part von Forced Away und heute ist mit dabei der Timo. Genau und ich bin hier gerade am kämpfen und ich werde verfolgt von solchen Menschen. Von einem gewaltigen Kremlin. Oh mein Gott, das ist so hart, das ist so hart, das ist so hart. Ach, das ist so laut, ich höre niemanden nichts mehr. Und ich geb ihn, geb ihn, geb ihn, fick dich, 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 fick dich und sterb. Und er ist down, jawohl, so muss das. Ja, 21er, 21er Level, 21er Level und ich geb ihn, ach, 19er. Und, und, er hat 196, ein Hit noch, ein Hit noch und ich habe alle gegeben. Das weiß ich nicht, das war ein Schatti. Okay, so liebe Freunde, das war's dann zum, äh, ja, fünften Let's Play oder vierten, ich weiß es gar nicht mehr. Was habe ich am Anfang gesagt? Fünften, ne? Genau. Ähm, ja, das ist wieder so eine Ankündigung, dass jetzt Gameplays mit Timo kommen werden. Das hier war eigentlich eine Text-Test-Aufnahme, aber ich verwende es jetzt einfach mal als fünften Let's Play und als Ankündigung, weil unser Kanal nur von Ankündigungs-Video besteht. Info. Info-Video ist auch genannt. Egal, das war's und ciao, Leute.